Okay. Ja, bei mir auch. So, dann folgen wir mal Zischer. Ja, wir bräuchten mal irgendwie Holz, will ich sagen, oder? Am besten Holz vor der Hütte. Was? Sag dir am besten Holz vor der Hütte. Ach so. Zumindest ist die Gefahr jetzt in dieser Gruppe, glaube ich, niedriger, dass hier zwei Leute sich die ganze Zeit gegenseitig anschreien. Hier ist ne Kuh. Ja, bitte. Dann hab ich wenigstens mal kompetente Leute in meinem Team. Das kann ich dir jetzt nicht versprechen. Ich geh mal stark davon aus. Wie gesagt, ich hab ja vorher nochmal gesagt, ich weiß nicht, ob das jetzt jeder gehört hat. Wenn jemand von uns stirbt, müssen wir seinen Kopf finden. Bei unseren geilen Apfel machen wir. Du bist ja optimistisch, wenn das deine erste... Ja, falls jemand von uns stirbt, ist es wichtig für die anderen, den Kopf zu finden. Darauf kann man einen Apfel machen, ja. Falls ihr gleich sterbt, gebt mir euren Kopf. Ah, hier ist ne Höhle. Ja, schon gesehen. Hier ist ein Baum. Ich auch. Hier, hier auch, mein ich. Guck mal, hier haben wir noch Schweinchen. Da drüben sind auf jeden Fall ganz viele Kühe. Ja, endlich mal Futter. Na, Kira? Die beiden Spawnpoints sind ziemlich ausgeglichen. Die haben auch ziemlich viele Tiere und wir haben ziemlich viele Tiere. Und bei beiden ist in der Nähe direkt ne Wüste. Hast du super ausgesucht. Also könnte sich keiner beschweren. Diesmal mal nicht. Irgendeinen Punkt gibt's immer. Hat jemand schon eine Crafting Table? Während Sand war viel grüner als unser. Also ich hab jetzt eine. Okay, ich komm. Achso, doch hier. Ne, doch. Wer ist denn hier? Kira. Wo bist denn du? Ich. Ich bin hinten. Ah, da. Ich bin tief in den Wald reingegangen. Ich seh schon, ich seh schon. Platzier sie jetzt mal da hin. Oh, ich hab ein Zeppelin. Wie viel Holz habt ihr denn? 13. Oh, ich hab ein bisschen. Okay. Also ich hab jetzt grad zwei Bäume gefällt. Ja, so viel brauchen geht's ja eigentlich nicht, also. Ähm. Ne, nicht so wirklich. Oh, ich hab nen Apfel. Nice. Lacker. Naja, boah, ja. Wird das schon irgendwo runterfallen? Äh, wo wollt ihr euch jetzt am besten ansiedeln? Vielleicht hier oder irgendwie da drüben in der Wüste? Oder keine Ahnung. Wobei ich die Wüste nicht empfehlen würde, weil da nachts mehr Monster- äh, mehr Monster- Du hast mir deinen Holz hingeworfen. Ja, mach ich immer. War das beabsichtigt? Haha. Ja, take it. Okay. Also die Frage kommt auch an, wo wir uns jetzt hinpflanzen wollen. Ja. Ob wir jetzt zum Beispiel gleich hier drüben müssen wollen, oder? Ich lauf euch einfach mal da her. Ich bin nicht so in Redestimmung heute, ihr macht das schon. Ja, keine Ahnung, wir können entweder irgendwie hierbleiben oder ein bisschen weiter weggehen. Ja, du bestimmst sicher. Ja, du bestimmst. Alles klar. Warum nicht? Ja, hier werden halt die ganzen Tiere, also. Wären nicht so blöd hier zu bleiben. Oh, okay. Dann wären wir hier. Okay. Ganz einfach. Ja. Ja, dann war es doch mal deine Schuld, nicht unsere. Hast du schon den Stein? Äh, ich baue mal die Crafting Table ab hier oben, okay? Ja, mach ruhig. Okay. Hat jemand von euch schon Steine, oder? Nein, noch nicht. Okay. Weil ich habe jetzt noch keine Werkzeuge gemacht, weil ich mir direkt Steinwerkzeuge machen wollte. Boah, ich habe mir nur eine Holzspitzhacke und eine Dings gemacht, also. Ja, wir können auch ein bisschen abbauen. Brauchen wir das? Das ist ja Kies, ne? Ne, Pflastersteine, okay. Ja. Pflastersteine? Äh, Stein geben. Ja, klar. Wo bist denn du? Da bist du ja. Danke. Und wo ist die Werkbank jetzt? Äh, die ist oben. Da. Achso, danke schon. Die war oben. Ja. So. Hab mir gesagt, hab sie abgebaut. Ja. Ja. Diesmal mache ich es auf jeden Fall besser als beim letzten Mal. Ich werde mir relativ zügig mein Steinwerkzeug herstellen. Steinwerkzeug? Ja, ist ja. Nicht blöd. Ole? Das war doch letztes Mal nicht das Problem gewesen bei dir, oder? Oh, das ist cool. Ja, Kira hat die ersten paar Folgen nur mit Holz abgebaut. Achso? Ja. Lol. Habe ich gar nicht mitbekommen gehabt. Du hast ja doch mal gesagt, warum gräbst du denn so langsam? Ja, aber ich habe nicht gedacht, dass du die ganze Zeit mit Dings abhackst. Das war ja doof. Ich habe Kohle. Nice. Ja, wollen wir uns jetzt irgendwie schon nach Richtung unten bauen, oder wie machen wir das hier? Ja, denke ich schon, oder? Wollt ihr irgendwie vielleicht gucken, ob hier oben eine Höhle ist? Soll ich schon mal ein paar Tiere schlachten, oder ist das... Ja, wir müssen nur so ein paar Kühe vielleicht übrig lassen, damit wir die dann züchten können. Wird so Kühe oder Schweine... Weißt du, kann man Schweine züchten? Ja, kann man züchten. Äh, ja, kann man züchten. Aber ich denke, Kühe sind effizienter. Dann schlachte ich die Schweine. Weil, wenn wir wirklich verzauern wollen, brauchen wir viel Leder, also... Hm, okay. Na, ich gehe Schweine schlachten, alles gut. Du Schweine schlachter. Endlich mal Futter, Kira. Ja, das ist mal was Neues. Ich bin ein richtiger Kohler. Aber weißt du was? Weißt du was ist das Problem? Ja, wobei wir das letzte Mal in die andere Richtung gelaufen wären, dann hättet ihr so viele Schweine gehabt. Das Problem, das Problem war einfach, wir sind, weiß ich nicht, schon 15 Minuten vor Aufnahme hier drauf gewesen. Und wir wurden nicht voll geheilt. Vom Fleisch her. Das steht auch hier. Achso, ja, hast du das sagen müssen. Ja, haben wir nicht dran gedacht. Ja, ich hab mich auch nicht dran gedacht. Ist mir auch erst danach aufgefallen. Hier haben wir übrigens Hühner und Schafe. Ah, nice. Kira, kannst du mir ein bisschen Kohle geben für Fackeln? Ich scheiß dich kühl mit meiner Kohle. Ich komme mal wieder zurück, ich hab 20 Fleisch. So, ich grab mich mal ein bisschen runter, ja? Ja, okay. Ich grab einfach. Genau, grab mal. Hier ist ne... Oh, nice neues Saplings. Saplings anpflanzen, der Ängst lohnt sich nicht, oder? Äh, eigentlich haben wir genug Bäume in der Nähe, also... Oh, okay. Oh, ich hab nen Apfel, nice. Hi Apfel. Gut, dann haben wir schon zwei Äpfel. Das ist schön, das ist schön. So ist er gut. So, wo wollen wir jetzt denn runter? Äh, ein Apfel halt, glaub ich, zwei Herzen. Ja, so viel Leben halt. Haben wir letztes Mal bei euch gemerkt. Ähm. Oh, ich hab mich, äh, ich hab nen Durchgang gegraben auf der anderen Seite. Ja. Zu Schweinen und Kühen. Also. Wollen wir mal runter zu, zu, äh, Zwischere. Wow. Ich hab ne, ich hab ne Schweinemine und Kuhmine gefunden. Lass das mal einmauern, oder? Lass das mal einmauern, oder? Lass das mal einmauern. Also, dass hier keiner, dass hier keiner mehr rauskommt. Und Pilze. Ja, das, das, das machen wir zu. Warte, ich, ich baue, ich baue, ich baue zu. Ja, hier sind sechs Kühe und. Oh. Erstmal unser Kuhstallmier. So. Da ist unser, unser, unser. Ich hab ne Kuhmine gefunden. So, jetzt kommt diejenige raus. Nice. Okay, schön. Du wirst schon immer, dass es sowas gibt. Du bist so gut. Ähm, wollen wir hier unten zu, zu, äh, Zischers Mine oder weiter runterlaufen? Kira? Ich mach mal kurz zwei Öfen. Okay. Äh, habt ihr, also habt ihr, hat jetzt schon jemand Fleisch, oder? Ja, ich hab Fleisch. Ich packe hier zehn jeweils rein. Also, da brauchen wir einmal ne Kohle. Ja, ist drin. Nice. Okay, so. Ich grabe jetzt erstmal hier so ein bisschen runter, damit wir da nicht immer so an der Kern kommen. Ja. Ja, und ich guck hier so ein bisschen doof rum. Das kannst du ja. Ey, das Schwein will hier rüber. Geh mal weg. Ja, da kommen sie ja wohl nicht raus. Achso, stimmt. Der Schwein ist ja nur einen Block hoch. Doch, das Schwein, das Schwein kam hoch. Oder das Schwein kam. Aber ich hab sie dann zurückgeschubst. Schweinerei. Schweinerei, ahhhhhh. Schweinerei, ahhhhhh. Die kommen auch durch einen Block. Hm, okay. Ja, Fleisch ist angerichtet, ne, hier. Okay. Ich hab ja beim letzten Mal, hab ich halt nur die Gefahr, dieses, äh, Strip Mines oder wie man das nennt, kennengelernt, dass, wenn du dann irgendwann hochgehst, deine Ausdauer halt fast instant weg ist. Gut, da wir jetzt eh genug Fleisch haben, ist das irrelevant. Für, das würde ich meinen. Stimmt, ja. Wir brauchen ja nur mehr Kohle, damit wir alles schmelzen können und Fackeln machen können. Oh, ich hab Eisen schon gefunden. Nice, ich brauch mal ein bisschen, ein bisschen Ressourcen, damit ich hier oben den Eingang zu machen kann. Ha, das wird meine. Äh, Stein? Warte. Egal, wie du magst. Na, danke. Das wird deine, ja, hau' ich doch. Ich nehm ja mal drei Fleisch raus, ja? Jojo, nimm raus, nimm raus. So, damit da keiner runterfällt. So. Äh, ich mach hier oben mal eine Doppelkiste. Ja. Für Äpfel und so weiter. So. Ab Gold braucht man einen Eisenspitzhack, ne? Genau. Na gut. Ja, genau. Also, theoretisch können wir die uns dann schon holen, falls jemand Gold findet. Ich hab's jetzt zwar noch unten bei mir dabei, aber dann komm ich hoch. Ähm. So. Hat jemand einen Themenvorschlag oder so? Wie fern Themenvorschlag? Ne, gerade nicht. Weiß nicht. Weiß nicht. Irgendein Thema, über das wir reden können, während wir langweilig farben. Sonst nicht das Graben. Kira, singen wir uns was vor. Das willst du nicht. Du was? Ich hab dir im Livestream, hast du schon mal gesungen, das hab ich gehört. Ja, ein paar Mal. Ja, ihr habt mich grad übrigens auch vom Livestream aufgehalten. Achso, warst du im Stream? Ja, ich glaub's total verstanden. Mann, Kira. Wow. Ich hab übrigens wieder Eisenspitz gefunden, aber ich hab nur noch eine Halsspitzhacke. Ja. Ja. Hast du nicht mehr dran gedacht? Äh, keine Ahnung. Mir wartet so häufig hin und her, da hab ich gedacht, ach komm, irgendwie fehlt schon ne Ausrede ein oder sowas. Keine Ahnung, ich hab's dann nach wie selber in Verband. Das Schwein ist doch durchgekommen. Keine Ahnung. Aber richtig. Ah, es wird langsam dunkler. Die Meldauzeit hätt's doch nicht gegeben. Ja gut, wir sind jetzt ja sowieso unter Tage, also es ist ja nicht egal, ob nach drei Tage noch ist. Ja, ich muss jetzt einfach mal hoch und meine Ausdauer drauf überwollern. Ach du Armer. Wir müssen uns später auch Treppen machen zum Runtergehen. Ah, ich kann schon mal, ich mach mal Treppen, ich mach ja eh grad nicht viel. Okay. Haben wir noch Kohle? Ah ja, ich hab hier ja grad, ich pack's in die Kiste rein, warte. Ja, ich hab 22 Kohle im Inventar. Ach, hier ist die Kiste. Hier, ich pack einfach alles in die Kiste rein, jo. Apfel pack ich da mal rein, bisschen Holzzeug. Warte, dann würde ich über das Eisen jetzt mal, oder? Jo. Na ja, sind wir schon mal wenig besser als beim letzten Mal, oder? Vor allem diskutieren wir noch nicht so viel wie ihr damals. Ah, das war echt schrecklich. Na, da jetzt leider grad... Du, wie siehst du grad meinen Spielstil? Nacht ist, das ist doof, sonst würde ich Holz hacken, aber... Egal, ich mach Treppen. Ja, wir können mal drei Bäume abfällen, und... Ach, theoretisch auch genug Äpfel. Ja. Deine Theorie kommt's nicht an. Ich hoffe, ihr habt die Höhe gut gemacht, damit man heute Treppen noch langlaufen kann. Ich hab drei immer. Ja, wie immer halt. Und ich hab Eisen gefunden. Kira, ich geh mal lieber Dings runter, weil, äh... Deine ist doppel... Weißt du? Was, meine ist doppelt? Deine ist doppelt breit. Bei... Ja, dann sieht man halt mehr. Ja, aber zwischendurch hast du nur eins, aber ich hab immer nur eine Treppe, weißt du? Oh, der Sau, du. Ja, ich weiß. So. Äh, wie viel Eisen hast du, Kira? Was? Leid? Eisen. Eisen. Äh... Also ich glaub, drei sind noch drin. Und aus einer hab ich mir jetzt eine Eisenspitze gemacht. Okay. Äh... Ich hab hier noch ein bisschen. Ich hab kein Holz mehr für Treppen, doch ich hätte noch welche machen können. Äh, du kannst Steintreppen machen. Also ich hab allein jetzt wieder noch ne Eisenadern gefunden, da sind nochmal fünf Eisen. Warte, ich kann dir ja Stein geben, also wenn du Stein brauchst. Hm, willst du Steintreppen machen, oder was? Ah, geht Steint in? Ja, ist ja effizienter, das Holz braucht man für theoretisch noch. Okay, danke. Ja, ich hab's erst mit Holz gemacht, sah schön aus, aber gut. Ja, das ist ja egal. Ja, wir machen ja kein Schülenspires. Ja, das ist ja egal. Wir können's auch so machen. Wir müssen nur die anderen besiegen. Boah, ich hab schon wieder Eisen gefunden. Nice. Als bin ich auf einer Eisenlane. Ja. Ich glaub, ich hab nach Anfang an den Spiels noch nie so viel Eisen gefunden. Wie tief gräbst du dich denn runter? Jetzt ist zumindest noch fein gestorben, erzähl schon mal was. Wer? Ich? Ne, hier, äh, Tischer. Ja, ich hab einen aktuell. Und auch für den neuen müsste passen, für Dias, oder? Ja, eine Läne ist doch langweilig. Eine Läne kann ja jeder. Jetzt mehr, äh, wär noch gut, wenn ich irgendwie eine Hülle finden würde. So. Hier hast du jetzt eine Treppe. Oh, hier ist Fert. Äh, ich hab mich grad in eine Hülle gebuddelt. Dankeschön. Was, du hast dich in eine Hülle gebuddelt? Äh. Oh, Dias. Äh, ich hab ne Miene, äh. Ich hab ne Miene, äh. Was? Ich hab ne Miene, äh. Was heißt, wenn man, was heißt, wenn man eine Lore findet? Nö, ist ne Miene. Äh, das ist ein Minenschacht. Äh, such mal Melonenkerne. Ich komm mal zur Miene mit runter, oder? Aber ich hab ja auf jeden Fall, glaub ich, auch einen Creeper-Gard gehört, oder so. Ein Zombie, glaub ich. Oh. Okay. Oh, 3i sind sehr gut. Ich hab übrigens Dias gefunden. Nice. WTF? Wie viele Sachen ich erscheinen in diesem Spiel nicht kenne. Ha, 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 ha. Pass doch auf in der Miene, äh, das sind Giftspinnen, die könnte ich, äh, hab ein halbes Herz runterhauen. Das ist ziemlich scheiße. Äh, man, ich wollte doch einfach nur in den Boden graben. Warum finde ich immer irgendwelche Höhlen? Gerne Ahnung. Oder Mienen. Äh, hast du Essen mit? Genug? Also hier ist auf jeden Fall, äh, Kohle und Eisen. Aber ich bin ehrlich zu sagen, ich hab jetzt keine Lust, eigentlich nicht hier reinzubohren. So. Ich mach nochmal so einen Block oberhalb immer weg, dann kann man da leichter runterlaufen. Achso, kann man nicht? Also ich bin hochgelaufen, ich könnte ohne Probleme. Äh, du stößt die ganze dann auf der Decke an. Achso, okay, hab ich nicht mitbekommen. Ich geh jetzt in eine andere Richtung. Aber wie gesagt, äh, Dennis. Auflaufen ist sehr gerne, nur beim Runterlaufen nervt es ein bisschen. Was sagst du, Kira? Äh, kannst du gerne die betreten. Nö, ich geh zu Zischer runter, da hab ich jetzt schon Treppen gemacht und, äh, der ist jetzt so weit unten. Aber wie gesagt, passt halt auf auf Giftspinnen, falls ihr jetzt irgendwie... Ich bin da nicht reingegangen. Achso, okay, gut. Ja, dann würde ich sagen, erst später irgendwie rein. Ja, ich denke, wenn wir uns ein bisschen Rüstung und so haben, ne? Ja. Also ich geh erstmal mit Zischer mit, ich suche ein bisschen Eisen mit. Und dann geht's los. Jeder hat noch 20 Leben, das ist interessant. Ja, aber nicht mehr ein Schwert. Oh, Diamanten, nice. Oh, ja, Dias. Ähm, und... Oh, nice, noch mehr Dias. Sechs Stück, Dias. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Oh, da ist noch Kohle. Kohle, 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 Kohle. Ich grab mich mal so in die andere Richtung hier rein. Okay. Ich hab nur keine Kohle und keine Fackeln bei. Hast du noch ein paar Fackeln? Zu viele? Oh, ich hab Kohle. Ja, ich hab auch noch Kohle und Holz, also... Warte mal, ich mach dir ein paar. Ich nehm gerne ein paar. Warte mal. So. Und... Ein Stack. Thank you. Bitte. So. Bis jetzt läuft's eigentlich ganz gut. Ja, bis jetzt geht's eigentlich, ne? 15 Minuten sind gerade rum, wen das interessiert. Und wir haben schon dir das? Achso, ja.